Ich hoffe, dass die Bullen euch mal richtig den Arsch versohlen. Jo, Vince. Hat die Fresse, Said. Was soll denn das heißen, halt die Fresse, Said? Pass bloß auf, sonst verpasse ich dir eine Bombe, die sich gewaschen hat. Ich verschwinde, du stinkst aus dem Maul. Hey, ach, du würdest dir gleich morgens eine einfangen. Na, was ist? Eins, zwei, drei. Du hast verloren. Und deine Schwester ist eine billige Nutschel. Hey, wie sprichst du von meiner Schwester? Was sag ich dir immer über meine Schwester? Hey, lass das. Deine Schwester nutzt dann Schlumpfpimmel. Blöder Arsch, wie siehst du denn aus? Was ist? Willst du dich mit mir anlegen? Ich hab ne Kuh gesehen. Was hast du gesehen? Da war ne Kuh. Wo ist denn dein Pies? Na, in der Schachtel. Gestern Abend bei der Randale musste ich irgendwann mal abhauen. Und als ich um die Ecke von so einem Gebäude bin, habe ich fast über ne Kuh gestolpert. Ach echt? Du solltest vielleicht ein bisschen weniger rauchen, das bekommt ihr wohl nicht so gut. Seid runter von meinem Bett, oder? Ich sag Oma, dass ihr hier raucht. Na bitte geh doch. Dann häng ich dich an den Füßen mit dem Kopf nach unten auf, schlitzt dir die Kehle durch und guckt so, wie du an deinem Bluter stehst. Oma! 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 Verschwinde endlich und bleib ja von meinem Bett weg! Und du, du machst nen Abgang. Oma! Ja, ja, ist klar. Was soll denn das heißen? Mach ne kleine Fliege. Bewege dich! Bewege dich! Und du red nicht so mit meiner Schwester, sonst fliegst du raus.